Ab dem 22. April 2022 veröffentlicht die Bush Media Group The Treacherous aus dem Jahre 2015 eine koreanische Produktion auf DVD, Blu-ray und auch in einem 2-Disc limitierten Media Book. Dieses Media Book habe ich euch bereits präsentiert auf meinem Kanal. Einen Link zum Unboxing findet ihr unten in der Videobeschreibung, genauso einen Link zum Trailer. Dann könnt ihr euch nochmal ein paar bewegte Bilder angucken und so einen besseren Eindruck davon verschaffen, was euch denn hier erwarten wird. Die Käufer des Media Books kommen in den Genuss hier auch den 30 Minuten längeren internationalen Cut zu sehen. Den gibt es nur hier im Media Book als Bonus-Disc auf Blu-ray, aber auch komplett auf Deutsch. Also das natürlich schon mal richtig gut. Für welche Fassung ihr euch entscheidet, tja, das müsst ihr selber wissen. Ich habe mich auf Schnittberichter.com umgesehen und dort ist auf jeden Fall zu lesen, dass beide Fassungen etwas an Mehrwert bieten, denn die längere Fassung, die hat natürlich mehr Handlungsstränge als die kürzere Kinoversion, hat auch ein paar Szenen mit mehr nackter Haut. Aber in der kürzeren Kinofassung gibt es zum Teil auch explizitere Gewaltszenen und auch eine Szene, wo eine junge Dame mal so ein bisschen ähnliches wie Sperma am Mundwinkel hat, was den Koreanern wahrscheinlich selbst zu explizit war und eben in der längeren Fassung wieder fehlt. So viel mal zu den Fassungen. Den Schnittbericht verlinke ich euch selbstverständlich auch unten in der Videobeschreibung. Bevor wir mit meinen Eindrücken starten, kurz worum geht es eigentlich in dem Film? Wir sind im Korea des 16. Jahrhunderts und nachdem der König den gewaltsamen Tod seiner Mutter blutig gerecht hat, verfällt er dem Wahnsinn und wird zu einem sexbesessenen und grausamen Tyrannen. Er lässt zehntausende junge Mädchen und Frauen aus allen Provinzen des Landes entführen, um sie zu seinen Konkubinen zu machen. Die Frauen werden fortan wie Sexsklavinnen gehalten, in der Kunst verschiedenster Sexualpraktiken unterrichtet und intimen Prüfungen unterzogen. Die beste von ihnen soll auserwählt werden, dem König als persönliche Gespielin zu dienen und einen Thronfolger zu gebären. Doch dieser perfide Plan gerät ins Wanken, als sich ein Jugendfreund und engster Vertrauter des despotischen Herrschers in eine der Konkubinen verliebt. Heimlich rebelliert er gegen den König. Auch die hübsche Konkubine, die von ihm begehrt wird, hegt eine verborgene Agenda. Schließlich eskalieren Intrigen, spielen Verrat und grenzenlose sexuelle Begierden zu einem verhängnisvollen Konflikt. Ja, wie man anhand der Inhaltsangabe schon vermuten kann, geht es hier ziemlich heiß her in diesem Film. Der Film ist auch in über 70 Ländern verboten, wie es hier nochmal draufsteht auf diesem Titelblatt von dem Media Book. Da fragt man sich natürlich, in welchen Ländern und warum. Denn allein in Russland sind schon Filme von gleichgeschlechtlichen Paaren, die Liebe machen, verboten. Also von daher ist das jetzt bei uns zum Beispiel nichts Besonderes. Außerdem haben wir dann noch den Spruch ganz groß drauf. The Treacherous lotet die Grenzen aus, wie viel bizarre Gewalt und Sex man in einem Kinofilm zeigen darf. Und da war natürlich auch ich gespannt, ob dieser Film diese hohen Erwartungen, ja, diesen Erwartungen gerecht werden kann. Und man muss sagen, man muss die Kirche schon im Dorf lassen. Klar, es gibt sehr viel explizite Gewalt. Ich habe mir den längeren Cut jetzt hier mal angesehen. Und da gibt es schon die ein oder andere heftigere Szene. Wir haben aber auch Kunstblut, sprich CGI-Blut hier am Start gemischt mit ein paar Practical Effects. In manchen Szenen wird sogar abgeblendet, statt voll drauf gehalten. Also es hält sich eigentlich ganz gut in der Waagschale. Aber hier kann man schon definitiv einmal festhalten, da haben wir schon was Härteres gesehen. Härter haben es wir natürlich auch in den Sex-Szenen schon gesehen. Der Film wird auch oft verglichen oder tituliert als koreanische Caligula. Ja, zu Caligula habe ich ja schon mal eine Review gemacht und ihr merkt das schon, da muss ich schon lachen und grinsen. Und Gott sei Dank ist der Film hier nicht so plump in den Sex-Szenen und hat dann irgendwie ein paar Hardcore-Szenen eingefügt oder so. Nein, es geht schon in die erotische Richtung. Es wurden ein paar echt sehr hübsche Damen hier ausgewählt, wie auch im Film, die nach gewissen Kriterien hier auserwählt wurden und auch alle sehr hübsch sind, schöne Haut haben, zarte Knochen und einen tollen Körperbau. Also von daher schon vom Typ her sehr erotisch. Dann natürlich auch erotisch in Szene gesetzt, viel mit Schatten und Licht wird hier gespielt, also nicht einfach irgendwie hier drauf gehalten. Es gibt die ein oder andere, ja schon explizitere Situation, wo ein bisschen mit Früchten und anderen Sachen gespielt wird. Aber das alles ist noch im Rahmen. Wer jetzt hier aber einen reinen Erotik-Film oder so erwartete, ist vielleicht mit neuneinhalb Wochen oder so besser aufgehoben. Aber auch hier ist der Mix ganz gut geworden, aber wie gesagt, auch hier hat man schon deutlich andere, grenzwertigere Sachen gesehen. Auch um hier so ein bisschen das Kinopublikum so ein bisschen herauszufordern. Das ist aber nicht alles, was der Film zu bieten hat. Wenn es schon eine Lauflänge hier hat von 131 Minuten, zumindest in der längeren Version, dann wissen wir, dass es natürlich auch noch ein paar Handlungsstränge hier gibt, Background-Stories. Und diese sind sehr interessant, vor allem, wenn es hier um das Politische geht. Denn man merkt gleich, dass seine Gegenspiele vom König hier feststellen, oh, er ist diesen Konkubinen hier, er rennt denen hinterher und verfällt denen und verfällt immer mehr den Wahnsinn. Und wenn wir es dann schaffen, zum Beispiel unseren Favoriten als Konkubine hier ins Spiel zu bringen und dass sie sich durchsetzt, dann haben wir alle Fäden in der Hand. Und so ist es dann ein richtig schöner Mix hier aus Liebe, Eifersucht, Sex, Gewalt, Intrigen und auch Rache. Also das ist ein richtig guter Mix geworden. Allerdings muss ich auch sagen, auf die gesamte Lauflänge von diesem längeren Cut, da hätte man durchaus etwas rausschneiden können. Vielleicht so ein Mix aus dem längeren und kürzeren Cut, wenn da schon die ein oder andere Szene fehlt im längeren Cut, die es dann im Kinocut zu sehen gibt. Also letzten Endes bleibt einem wahrscheinlich dann doch nichts anderes übrig, als beide Fassungen sich anzugucken, um alles gesehen zu haben, was eben The Treacherous aus dem Jahre 2015 zu bieten hat. Neben diesen Handlungssträngen, den Sex- und Gewaltszenen, gibt es auch ein paar schöne Choreografien. Wenn es dann ums Tanzen geht, da gibt es auch tolle Kostüme. Das Ganze vor absolut traumhaft schönen Kulissen in Szene gesetzt, ist alles perfekt. Also vom Technischen her wissen wir, da können die Asiaten, speziell die Koreaner, hier groß auffahren, müssen sich hinter keiner Hollywood-Produktion verstecken. Und das sieht alles richtig klasse aus. Und auch eben diese ganze Kostüme und Szenenbildnern und alles, das passt perfekt. Auch ist es ja so ein Historienfilm, der sich an einige Fakten hält, natürlich sich dann aber auch das Recht frei, das Recht herausnimmt, dann auch noch ein bisschen freie Hand zu haben und ein paar Sachen dazu zu dichten. Aber das ist dann natürlich typisch für so einen Film. Wer auf Historienfilme steht, vor tollen Kulissen, mit tollen Kostümen, sehr reizvollen Damen und der ein oder anderen Gewaltszene nicht abgeneigt ist, der sollte The Treacherous hier definitiv mal eine Chance geben. Das Mediabook bietet hier definitiv einen Mehrwert. Erstens wegen den zwei Fassungen, zweitens auch wegen einem absolut toll geschriebenen Booklet, was noch viele Informationen dazu gibt. Es gibt auch ein paar tolle Vergleiche, zieht mit Caligula, also wenn schon, dann würde ich definitiv das empfehlen. Einen Link zum Kaufen findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, das soll es dann mit meiner Einschätzung zu The Treacherous gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, meine Freunde. Auf bald bleibt gesund und Servus.